Oh, ich kann jetzt mal lesen, was da steht. Oh, da ist ja nichts Neues, oder? Gehen wir mal hier unten hin, da waren wir noch nie. Ich konnte es ja vorher nicht lesen. Ja. Ist das überhaupt... Alter. So, Nubke immer wieder am Start, oder ne? Ja, normal. Ja, normal. So, wo ist das? Da hinten. Im Süden. Wie immer, so gut wie möglich raushalten aus dem ganzen Shit. Und dann... ...hoffen, dass mein... Ja, immer mit der Dings im Rücken. Mal gucken, wie das jetzt noch der Kino, der erstmal ist. Ja. Ja, komm mal, gestern haben wir es schon mal zum zweiten Platz geschafft. Ja. Schade, dass das kein erster Platz war. Dann hätten wir das auf Band gehabt. Ja, Mann. Ja, aber was nicht ist, kann ja noch mehr. Meine ersten Kills. Ja, die haben wir drauf. Beziehungsweise du hast... Ja, ist ja aus deiner Perspektive. Ja, aber man hat ja gesehen, dass du die gemacht hast. Ich hab dir ja zugeguckt. Ich war ja in... Achso, du warst ja schon. Ich war in deiner Perspektive, ich war ja schon tot, genau. So. Zwei richtig schlecht gestern. Gib ich zu. Ein bisschen. Jetzt mal. Ich lügen, oder was? Ja. Ich lüg hier auch immer so. Ah, schönes Bild. Oh, wir sind nicht in der Dings. Ja, es hätte aber schlimmer sein können. Jetzt so, ne? Oh, oh. Na, Gott sei Dank. Was? Ich dachte, ich wäre gerade zu tief gefallen, aber... Das so. Weil... Weil ich... Weil ich bei der Geburt hochgeworfen... ...woren bin. Ja, ein bisschen. Wie glücklich die lacht, ey. Äh, ich hab... ...zwei Tränke für dich. Nice. Wo bist du überhaupt? Ah, ich hab... Was hab ich hier? Ah, das helfe ich nicht. Das ist so ein Sturmgewehr, allerdings ein normales. Falls du es trotzdem haben willst, kann es dir geben. Ja. Besser als keine Waffe. Könnt ihr erst nochmal gucken. Ansonsten... Ja. Könnt ihr immer noch droppen, wenn ich das Besseres finde. Sie. Ich weiß, ich kann hier aber nicht rum sein, oder schlage ich das, ob sie umsonst kaputt? Weißer nicht. Ich schlag's umsonst kaputt. Hier ist irgendwie nirgendwo was, was denn hier los ist. Das ist nicht sogar, ne, denn den Ort sollten wir uns merken, dass wir hier nicht mehr hingehen. Ja, hier ist noch nicht echt, ähm, nix. Also ich hab ein Schieße gefunden. So, wir mal Richtung Zone gehen. Ich finde gar nichts. Moment, bevor wir gehen, lass uns sterben, die, das Gewehr. Ja. Genau. Ja, hier ist doch, hier ist sogar ein besseres Sturmgewehr. Hier ist das ein Grün, das ich gerade bin. Dann nimm dir das. Wo bist du? Ja. Ja. Hier rechts um die Ecke. Ja, dann nimm ich lieber das. Ich lauf nochmal ganz kurz hier hoch. Warte, hier was, ich glaube, du bist schon mal, hier ist der Tür öffnen. Jo, okay, danke, wir los. Ah, ich fand ihr noch die Tränke getroffen. Ja, ja. Ich schaue zu dir laufen. Sie. Die Prophet kommt hier immer zum Werk. Ah, ne, der Maschbohr muss auf den Werk zum Prophet kommen. Ja, ist... So. Ich muss gleich bin in der Hand jetzt. Ich bin gar nicht da weit. Du bist der Vogel. Was für Daniel? Äh, stimmt, könnte ich gucken. Moment, mach ich nicht. Ich halte mir gerade erst an. Mach ich sofort nach der Runde? Oder, wenn wir mal einen Rundenmoment haben, dann haben wir ihn nicht laufen lassen. Da kann es auch nach der Runde. Immer der Online. Okay. Also, bevor ich angefangen habe, Fußball zu gucken. Vielleicht hat er ja nichts zu tun. Ich habe mich ganz die Lage, hier abzuchecken. Ich glaube, hier wurde gebaut. Ich glaube, hier wurde gebaut. Ja, hier ist die Tür offen. Ja, da hinten hüpfen sie. Auf Nordost. Auf Nordost hüpfen sie. Äh, die sind jetzt da gerade hinten, ähm... Die geht's hier runter in dieses Tal und dann geht's hier wieder hoch. Da haben die sich hochgebaut und dahinter sind die gerade verschwunden. Also eine zumindest. Aber wir müssen halt genau in die gleiche Richtung gehen. Dann haben die ja schon gelootet. Ja. Also, ich glaube, ich werde dann jetzt in der nächsten Minute einladen. Ist er online? Ne, ich meine, wir werden sterben. Ich weiß nicht, ob wir online ist. Ich muss jetzt gucken. So, die sind vor uns. Ja, aber wir müssen in die gleiche Richtung. Ja, und? Aber hinterher? Ja, okay, ich mag den Optimismus. Ich mag den Optimismus. Ich hab die gerade nicht gesehen. Sind die schon hier oben auf dem Berg gewesen? Also hier hochgelaufen? Ja, die sind schon... Die sieht man nicht mehr. Okay, gut. Und hat sich die große Salzerflasche gelohnt? Das ist lecker. Auf jeden Fall. Ja, dann immer. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Holz. Da macht man schon mal gar nichts. Kann ich dir das abgeben? Ich glaube, ich kann dir auch Holz abgeben. Ich hab 200. Ne, behalte mal. Du musst ja selber bauen. Ja, aber du weißt, ich hab keine Ahnung, ob es 200 viel ist oder nicht. Ich hab mir lieber. Oh, hier fahren wir schon mal. Beziehungsweise hier bin ich schon mal gestorben. Äh, hier vorne auf Osten ist was. Bei dieser großen roten Scheune da. Okay. So müssen wir uns ja eigentlich nach links bringen, ne? Aber dann kann ich ja gar nicht kommen. Oh, nochmal rein. Genau. Oh, nochmal rein. Oh, nochmal rein. Was macht mir hier? Was ist denn? nicht und dann ist es könnte sein dass der typ auf uns zugelaufen kommt aber da die zone kommt deswegen ich glaube in die nächste ja ich komm mit dir ich glaube die haben sich da da haben sich gerade zwei andere teams gefunden aber ich meine eine wäre auf uns zugelaufen kommen und die waren schon in der zone was er jetzt hat man kurz dann noch 36 gegner ich glaube ich habe irgendwie das gefühl dass wir in dieser runde nicht hier ist ein trank witzig ich habe hier gerade auch noch ein trank gefunden welchen äh so ein schlürftrank ich habe hier so ein schild tranken größer und damit könntest du glauben dass ich ihn habe noch auf 100 ich glaube ich komme mindestens auf 75 also dann nimm dir den ruhig Ah, du brauchst für mich? Ne, ich trink rüst. Okay. Das ist scheiße, dass wir die anderen hinter uns haben. Ja, das gefällt mir auch nicht so. Ja, das gefällt mir auch nicht so. Ja, links von uns läuft was. Ja, links von uns läuft was. Ich weiß nicht, ob der dich gesehen hat. Du bist ein bisschen weiter vorne. Der läuft da bei den Häusern. Ja, der müsste dich gesehen haben. Der kommt jetzt direkt auf dich zu. Up and down. Ich weiß nicht, wo sein Boy ist. Der andere kommt hier bei mir. Nice. Haben beide. Achso, beide? Ja. Easy hab ich gehört. Hast du den anderen auch komplett? Ne, den anderen hab ich noch gar nicht gelootet. Ich hab 6 Tränke. Dann hab ich 4 Waffen. Läuft. Ich hab das Medikids. Weil der andere lag hier hinten. Ja, dann sind die ja wenigstens weg. Da kannst du mal drüber laufen. Ich hab grad die ganze Munition, glaub ich, eingesammelt von dem ersten hier. Gönn du dir hier die ganze Muni. Minigun? Boah, ne Minigun. Ich hätte ein bisschen Ausdauer. So, das ist ja noch. Medikid, kann man immer. Okay, ich hab irgendeine scheiß Falle. Ah, hier oben ist wieder was. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Die sind hier oben aufs Dach. Bei dir? Okay. Warte, ich baller die Minigun. Warte, ich baller die Minigun. Und da geht es sonst noch. Alter, 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 Alter. Da war unser Schnell. Ah, 14. Okay, am fragten... Check mal Daniel aus, erst mal. Ja, der ist noch mal. Ja, frag den mal. Bei mir steht, dass du noch spielst. Ah, ne. Ich bin grad rausgegangen. Egal, zwei KIDS! Egal, zwei KIDS! Läuft doch! Läuft doch! Läuft doch! Bereit für Noob-Action? Ja komm, warum nicht? Bist du direkt am Start oder musst du noch irgendwie speichern oder so? Nee, nee, ich hab grad rausgemacht. Ja, okay, danke. Danke, Mabar.